Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin noch nicht so lange wach. Ich habe gedacht, heute ist Feiertag, du schlägst mal aus. Aber ich möchte heute noch zwei lange Videos machen, muss kurz ins Krankenhaus fahren. Und wenn das Wetter mitspielt, möchte ich gerne das Video auf der Burg drehen. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich brauche erstmal einen Kaffee, weil ich habe das Gefühl, ey, ich will gleich wieder einschlafen. Am Roman will ich auch schreiben. Ja, ich möchte einfach was sagen zu den Mails. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich die nicht gleich immer beantworten kann. Aber wenn ich Stress habe oder wenn ich Dinge erledigen muss und mein Privatleben gibt es eben auch noch. Es sind so viele Mails und so viele Privatnachrichten, die kann ich gar nicht alle auf einmal beantworten. Und schon gar nicht sofort. Also es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und kommt wieder. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag.